ja herzlich willkommen wieder auf meinem kanal dankeschön dass du da bist wir zocken heute eine runde wings of elysium ist auch ein battle royale spiel die einen kennt das vielleicht von euch die anderen kennt das vielleicht noch nicht ist so ein ableger wie von pubg wie gesagt ich habe es auch seit ewigkeit nicht mehr gespielt gehabt und hatte mal wieder lust drauf gehabt und dachte mensch ok kann man ja mit euch einfach eine runde mal zocken wieder und ja ich will auch mal wieder reinkommen ist mal was man hier machen muss wie war denn das hier gehen neu ok stone package ok 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 play normal aha hier kann man starten alles klar dann starten wir aber meine schöne so eine runde und bin immer mal gespannt was sich hier ja geändert hat was neu ist das letzte mal wo ich hier zockt habt da konnte man noch mit dem snowboard vor glaube ich fahren und hat man so einen segler gehabt und was war das doch glück spitzhacke glaube ich das ist schon ziemlich lange her einfach wenn ihr es vielleicht regelmäßig gespielt dann wisst ihr auch bescheid wie lange das her ist und ja vielleicht spielte das vielleicht spielte das auch nicht wird mich mal interessieren ob ihr wenigstens auf elysium zockt oder nicht schaut mal gerne meine kommentare einfach und ja würde mich freuen wie gesagt ich muss einfach mal wieder reinkommen und erst mal die funktion auch mal wieder kennen ja müsste eigentlich auch gleich losgehen hier wir warten schon eine minute ist wohl wohl wahrscheinlich immer noch nicht so ich würde sagen jetzt haben wir gefunden ok ja also wie soll ich sagen da ist wie gesagt ein bisschen anders als pubg und ich freue mich recht drauf weil er mit seinem helikopter muss man ja mein helikopter ja mal reingehen rein klettern war es ja glaube ich irgendwie so so dann kann das auch gleich losgehen das bild sieht ja schon mal ziemlich vielversprechend aus auch ziemlich nice gefällt mir sogar so dann geht das jetzt auch los so mal gucken was haben wir denn hier ok das wird wahrscheinlich so ein flieger sein bmx ok ein hookpack ach so ein greifarm ist das oder oh oh ich muss mich wo wollen wir hingehen wir gehen da hin ok ok ich will aber bmw haben bmw nicht bmx bmw ja mit dem auto schöner mit dem 6er bmw gefahren genau nein mit dem bmx fahren wir wir fahren eine runde mit dem bmx ok was heißt das hier high end loot ach so da wo das zeichen ist das ah ok ah ok sehr interessant sehr interessant da war so ein rotes zeichen eben und da scheint wohl der high end shit zu sein aber wir gehen einfach mal hier rein gucken mal was wir kriegen was haben wir denn hier okay cool haben wir nichts auch jetzt wird auch eine shotgun ich habe dann habe ich ja selber haben hier oben was ok ich habe viele dinge sind ja genauso wie papi was ist das denn hier cool jungs mittels wollen wir noch eine bilder spielen hier die küsse haben wir schon mal füllen dort die kugeln oh 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 da wird aber ordentlich geballert ich brauche ganz schnell eine waffe äh hallo zimmern gibt es hier eine waffe gib mir eine waffe gib mir eine waffe äh geh mal hoch was haben wir hier keine ja munition ist gut aber ich brauche eine waffe nein keine shotgun ich habe ich selber scheiße jetzt nichts ist sie was drin auch nichts verdammt ich brauche eine waffe sehr traurig ah toll fängt ja schon mal gut an haben wir noch mal zu ok da war noch häuser hallo komm mal rüber so gehen wir ganz schnell mal da in die häuser rein gucken wir mal ob wir da eine waffe finden wenn hier schon ordentlich geballert wird dann müssen wir auch uns verteidigen können weil ich weiß was ist das denn hier was ist das ne flashback ok können wir mit ihm wo ist der zu den irgendwie ist hier auch nichts nix tolles oder aber aber ja was ist das ein 2 ja das sind zwei und medikit das ist schön und gut aber ich brauche eine waffe das ist alles schön gut aber ich brauche eine waffe gibt es hier nichts noch mal für zu oh doch da haben wir was was ist das hier eine mp5 na gut ich meine ok dann können wir uns jetzt ein bisschen verteidigen haben wir eine braune muni ja können wir mitnehmen ok haben wir hier oben was ist noch ein hin ok oh warte mal ich muss mal kurz gucken hier bei der high end äh war das in der stadt wo die geballert haben wie fahren wir hier hin oder gehen wir da hin ähm t ist das ding t ist das fahrrad da ist nichts drin hier können wir doch mal hingehen ja das wird doch noch ein bisschen was sein oder nicht was hat denn hier eine scheune oder lagerhalle das ist unter uns das ist da hinten irgendwo haben wir noch ein medikit für ach so ein kleines medikit ist das genau was haben wir hier oben oh was ist das ah ne ak na k ist gut dann schrot weg oh was haben wir hier die muni können wir mal nehmen ah jetzt hab ich die ak gut da unten war doch war nicht schüsse glaube ich ne und hier unten gehen wir mal hier rein erstmal oh da haben wir noch ein medipack nehmen wir noch mit hä hallo super komm wir hier rein ah es geht zu was ist das denn hier noch mal ein bisschen braune muni das ist gut was ist das hier rotpunkt ne ja haben wir was schon ähm dann haben wir da oben noch ein haus da oben haben wir noch ein haus gehabt hierzu da das haus nehmen wir noch mit da oben wird auch gebellert ich muss auch erstmal wieder reinkommen hier mit den ganzen attachments weiß ich gar nicht mehr wie gern attachments waren hier ah genau konnten wir mit zwei scopes rumlaufen war das ja da wird man genau hier über das t war das fahrrad ne hier wollten wir hin kann man hier nicht das ist eine scheune ist das nur da oben irgendwo noch noch ok das hier sehr gut zwei mein auto gab wo hat mein auto fährt aber immer noch hier links aber das ist ein sniper ja er ist angehalten ja er hat er da ist er drinnen ein kopf da ok können wir uns ja mal holen können wir schaffen lol hat er noch gemacht eben ich wurde von hinten erschossen ja gut vorne zwei kills platz 26 aber war jetzt nicht so toll aber wir könnten ja rein theoretisch noch eine runde machen oder freunde welche sagen machen einfach noch eine runde und dann geht das schon wieder war eben schon zum einstieg war das schon ganz gut aber ich weiß nicht was der eine da eben gemacht hat da hat sie einfach hingelegt ganz komisch aber jetzt nicht ganz verstanden vielleicht auch kein guter spieler ich weiß es nicht keine ahnung kann ich euch nicht sagen freunde kann ich euch nicht sagen aber von anfang so ok dann wo war das hier war das normal starten ja schauen wir einfach mal genau ok machen wie lange es dauert jetzt hier wieder bin mal gespannt gleich gleich gefunden das ist doch gut geht es ja gleich wieder los und ja mal gucken wie das ist ob wir gleich wieder action kriegen oder ob wir dann auch in ruhe looten können bin ich mal gespannt hätte uns von hinten da nicht geholt hätten wir ja alles schön lüten können leben hatten drei kisten glaube ich und dann noch die halle gehabt hat einen guten loot gehabt aber naja gut beim nächsten mal würde ich sagen naja so es müsste auch jetzt losgehen das war aber eine gute position glaube ich gehen wir noch mal hin so nur bmx genau hier steht ja high end loot area das dann hier oben wenn man dahin geht dann hat man den größten shit sag ich mal ok wir haben hier seawater markt da haben wir sie ein da haben da zwei und da haben wir zwei wir könnten ja rein theoretisch erstmal hier hingehen hier luten und dahin gehen und die bitten da aufmischen welchen wir sagen können wir mal probieren ich muss nur gucken jetzt mal kurz gucken genau aber nur die gra in die richtung ok können wir doch einfach mal weiter da ist das haus luten wir erstmal schnell hier noch mal ja hier haben wir den billiardtisch wieder sagt dazu das money was haben wir hier eine mp5 jetzt gut haben wir wieder wissen was zum verteidigen was haben wir satz mac hier das ist auch nur woher wir haben gefunden was haben wir hier so haben wir ja noch das brauche ich noch ich brauche noch eine weste die wir einfach darunter mal gucken ob wir hier was finden was haben wir da haben wir noch zwei hellen das ist gut und ein bisschen healing auch gut weil das mitgepäck können wir auch mitnehmen da ist nix dann haben wir da eben schon drin ja da war es am bilder tisch genau denken wir noch mal schnell da oben wo ist die stadt gewesen hier war das ja da wollte man da könnte action gewesen sein mal schnell jetzt mal ein bisschen duten noch eine gute waffe finden haben wir noch eine shotgun das ist noch ein midi pack haben wir noch ein mp5 wir haben ja eine rechte was das hier die flitte okay so lange schwarzen ist das okay wir konnten darauf nach allerdings gehen oder dahin hier war ja auch noch so haben wir was oder haben wir eben in holo da können wir doch mal super da kann ich mal ein bisschen was mitmachen was haben wir hier ist das 2 das glaubt glaube ich noch ein ersatz mac und nehmen wir auch mit der flashbank ja kann er auch mitnehmen wo muss ich denn hin ich muss hierhin hier fahren wir am besten dahin oder von mir dahin fahren ja in die richtung aber jetzt noch hier noch eben ein haus gehabt hallo 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 danke kannst du das rodo bitte nehmen danke also hier war die shotgun ok waren wir bei hüfen drinnen und das haus war das glaube ich das wollte noch mitnehmen oder ja das hat mir glaube ich noch nicht das haben wir das ist eine vector haben wir noch was anderes hier was haben wir hier ok granate können wir auch noch mitnehmen machen vielleicht müssen nehmen wir gleich die vector mit granate ja das ist also ich bin cool ja gut dann nehmen wir die vector einfach mit also können wir den kurz wegwerfen wir nehmen wir nehmen wir nehmen wir nehmen super und das kann weg haben wir auch der vector ja genau wo müssen wir längst dann haben wir uns erstmal ein bisschen das war jetzt nicht so cool gemacht hat sie ja immer runter zu fallen aber wo ist denn meine weste habe ich meine weste gefunden oder nicht freunde geben die weste gefunden habe ich nicht eingezogen oder ist die kaputt gegangen durch den stolz kann das sein weiß ich gar nicht bist du das war hier nicht mehr weste irgendwo hier unten war doch eine weste glaube ich war hier nicht mehr besser dann müssen wir müssen mit t das bike haben wir einmal hier und puff rum hier einmal herum so ok aber ich müsste nach oben in die richtung also fast dann kommen wir in die city ja ok dann müssen wir uns gleich eine weste holen wir haben jetzt noch drei minuten zeit sollten wir eigentlich schaffen ist die weste wirklich kaputt gegangen durch den sturz kann ich mir aber nicht vorstellen oder kann ich mir wirklich nicht nicht vorstellen dass die weste durch den stolz kaputt geht die weste dann haben wir irgendwas sondern ich war nichts na gut ist aber oh vierfach da ist da gibt es hier gibt es action wo ist der tut keine ahnung ist er hier in der halle oder seine halle kein plan ich müsste erst mal eine weste finden hier aber keine weste ich bin noch nicht mehr zone ich sehe ihn gut auch nicht ich sollte jetzt drinnen sein ja wieder keine weste hellen aber keine weste ich brauche eine weste freunde merkwürdig merkwürdig doch da vorne nicht die beste super haben wir jetzt wenigstens der weste oder das ist ein sniper die wir nicht behalten den machen wir jetzt so und ich schmeiße weg dann nehmen wir das hier haben wir jetzt vierfach da ja sieht auch gut aus wenn wir zweifach können wir da auch noch reinpacken kannst du rüberkrabbeln da ist er jetzt da ist der typ jetzt ich frage jetzt nur wo ist er aber vor uns irgendwo ne hat er irgendwo eingetroffen oder eingetötet ihn gebellert und dann kam da irgendwas an ok oh lol ich muss aber weit fahren ich möchte gerne wissen wo er tut es muss aber in die richtung muss ich da hier gewesen ich sehe nicht wir fahren alle mit dem fahrrad hier einfach wir gehen einfach mit gas fahren wir direkt in die zone rein halten uns nicht lange auf hier er muss ja auch in die zone würde sagen ist es dann weit was will wo ja ich sehe nicht das tut gewesen der auf uns gebellert hat aber ich sehe nicht kein plan wo ist irgendwo hinter uns da ist er also das ist voll die waffe du wengel du willst einfach auf uns schießen jord ernsthaft du wengel du wengel du wengel was war hier oben im baumierk gesehen bist du wo bist du bist du eben gerade gesehen versteckt hier wusste können wir doch ab können wir den abgang er muss auch noch die falsche richtung die komplette falsche richtung muss in die richtung also noch weit ok rote das wird jetzt schon rot ein treffer er wurde auch genockt beziehungsweise wurde erschossen vom typen hier ein treff ein ein treffer wo ist der typ das ist mir doch ein bisschen gefährlich ich meine erst mal die zone nein da steht einer da freunde da steht einer kämpft da rum schade schade na gut freunde hat auch mir wieder spaß gemacht gehabt natürlich erstmal wieder was neues sag ich mal man muss auch erstmal wieder reinkommen finde ich das ist auch eine ganz andere spielmechanik finde ich als wenn man irgendwie pubg zockt oder so und ja wie gesagt hat es mega spaß gemacht gehabt und würde mich echt freuen wenn ihr einen daumen hoch geben würdet und den kanal abonnieren und die glocke aktivieren dass ihr nichts mehr verpasst würde mich echt mega freuen und mich mega unterstützen wie ihr im hintergrund hört es ist echt mega krieg hier noch und ja würde mich auch echt wieder freuen wenn ihr das nächste mal wieder dabei seid weil das wieder heißt nächste folge ring auf elysium und dann sage ich doch einfach mal auf Wiedersehen